Was geht ab, Leute? Nerdeleid Games. Willkommen zurück zu The Kalisto Protocol. Wie gerade gesagt, nein! Es ist nicht alles schlecht. Das Spiel hat seine Momente. Grafik ist schick, die Atmosphäre ist toll. Ich hätte es ein bisschen gruseliger gefunden. Leider immer wieder dieselben Gegnertypen. Keine großartigen Momente, wo man so sitzt, so, oh cool. Am Anfang waren ein paar, aber dann wird das Spiel leider... Uff. Wir können noch mal richtig verkaufen. Geil, Alter. So. Ähm. Ich weiß gar nicht, weil ich upgraden soll noch zum Schluss. Ich sag zum Schluss, das Spiel geht bestimmt nur drei Stunden. Äh. Wir könnten den Schaden upgraden. Oh, Sache. Das ist doch jetzt die Shotgun, ne? Ich kann das gleich sowieso wiederholen, weil... äh, gekillt werde in der Checkpoint wieder auf Scheiße ist. Das mit dem Drucker ist auch ne feine Sache. Ja, die Shotgun macht halt brutalen Schaden. Wenn ich da wieder so ein dickes Vieh hab, bin ich safe. Hätte ich wahrscheinlich schon viel eher machen sollen. Was haben wir denn dann noch? Magazin-Größe, jo. Jo. Wie kann ich den hier so schnell nachladen? Ah, die Waffe hab ich gar nicht gekauft, ne? Aber... Ja. Komm. Mein stinknormaler Revolver. Den hab ich geupgradet bis hierhin. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hätte. Ich füge einen alternativen Feuer, einen alternativen Feuermodul hinzu, bla bla bla. Äh. Wer das explosive Patronen abfeuert. Weiß nicht. Bleib bei der Shotgun, weil ich die toll finde. Was kann ich denn eigentlich noch mit der anderen machen? Boah, teuer, die abzugraden. Guck dich das mal an, ey. Ich möchte nochmal Munition und Kapazität erhöht. Oh, da sind die Laserstrahlen verschwunden. 2700, was ist das? Verbessert die Projektile der Waffe, sodass sie kurz nach dem Aufprall explodieren. Richtig geil eigentlich. Ich denke, wir können noch einiges upgraden. Das Upgrade füge ich dann auch noch hinzu. Lässt sie auch jetzt schneller, ne, nachladen. Anstatt einzeln die Dinger reinzuhauen. Ja, hier kommen Gegner. Ah, super nice. Ich glaube, das kann ich aufmachen. Oh, schön versteckt. Das nehmen wir einfach mal mit. Ne? Okay. Okay. Ich wollte eigentlich nicht direkt zum Boss. Was sind das für drei Geschlechter? Sind das vielleicht auch so KIs, die hochgeladen worden sind, wie die Patriots? Und Metal Gear? Wir haben gewusst, dass du nur alles tun würdest, um eure eigene Überwachung zu verbessern. Wir sind ein Überwachung. Wir sind ein Überwachung. Und was für dich, hm? Wir sehen, die Leute sterben für Spaß? Ist das dein Protokoll? Nein. Du bist falsch, Herr B. Der Protokoll ist nicht über die Tod. Es ist über das Leben. Unsere Zukunft liegt dort. Schieß ihm ins Gesicht. Ja klar, kein Thema. Machen wir fertig. Los geht's. Der ist ein bisschen groß geworden, ne? Ach so, jetzt will er testen, ob sein Alpha besser ist als der normale Mensch. Ja, sehe ich. Du siehst richtig gut aus und gesund und, äh, fit. Das ist der letzte Boss. Scheiße, wenn ich verreck, kann ich mir die ganze Cutscene wieder angucken. Nein. Nur gewartet, bis ich dran bin. Gut, dass ich abgegradet hab. Ob Waffen bringen nicht so viel? Nö, eigentlich nicht. Guck mal. Guck mal, falsche. Okay. 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 Ich drück. Okay. 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 Er mutiert. Holy shit. Holy shit. Und er dachte, er bleibt so. Holy shit. Fuck yeah. Ist nun mal Hunger. Ah ja. Ohohohohoh, jetzt geht's los. Ohohohoh, jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Oh, mit kleinen Fingerchen. Oooohohohohohohohoho. Ya. Ja, okay, das wird jetzt witzig. Okay, der ist bestimmt ein bisschen langsamer, hoffe ich. Oh mein Gott, der entschützt, oder? Ja, dann finden wir mal heraus, was wir machen müssen. Endboss, let's go. Hüsa. Hüsa. Da. Ah, kacke. Ich bin auch so gut wie tot, ne? Oh, ja. Oh mein Gott. Wie heile ich mich denn? Ich habe gar keine Chance, mich zu heilen. Ja. Gut. Ich darf mich nicht einmal treffen. Alles nochmal von vorne, oder hat er jetzt den Checkpoint da gemacht? Ich glaube, der hat den da gemacht. Ich habe den da nämlich drehen sehen. Ja. Oh mein Gott, dauert das lange. Der ist langsam, das ist ein riesen Vorteil. Schutzhülle plätten und dann einfach draufschießen. Oh mein Gott, der wird schnell. Ach so, ja gut. Wenn er das macht, würde ich nicht wegwenden. Das war gut zum Schluss. Ich glaube, der hat mich nicht wegwenden. Ich glaube, der hat mich nicht getroffen. Ich glaube, der hat mich nicht getroffen. Ich glaube, er kommt angerannt. Jetzt schon. Äh. 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 Kommst du nicht weg. Trifft mich immer Kacke, genau da ist so Was zum heilen Ist er wieder eingeschlossen, ja Hallo, hallo Boah, Alter Oh nein Oh, doppelt nein Ne Ah, das ist ein nerviger Boss mit der Schutzhülle Boah, das nervt Ja Ah 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 Nah Ah Here Ah 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 Mein Gott, platz doch einfach. Oh, ey. Och, ich häng wieder fest. Mann-O-Meter. Scheiße. Oh. Wenn ich getroffen bin, bin ich tot. Hier liegt nichts mehr zum Heilen. Oh, kommt. Oh, das ist bitter, ey. Komm da nicht weg. Leider nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, Alter. Keine Chance. Keine Chance. Oh, da liegt einfach nichts mehr zum Heilen. Aber ich glaube, ich hatte noch was dabei, oder? Ich hätte mich nämlich in eine Ecke setzen können. Naja. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Nicht so schlimm der Boss eigentlich, wenn man es weiß. Was Explosives jetzt finden. Ganzje. 000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000 gunlu. Das sind doch die Gründe. Das ist der größten Drecksviecher. Yo. Mehr explosive Teile muss ich finden. Es ist nur so verdammt dunkel.